Ich finde der Doppelschuss, das dauert einfach zu lange. Ja, eigentlich musst du den Einzelschuss spielen. Es sei denn, du hast jetzt wirklich mal jemanden vor dir, der komplett dämlich rausfährt. Alle mit oder was? Ja, machen wir. Vielleicht ein Live nach links hoch. Das mache ich schon. FCB-Freak, vielen Dank für die 11 Monate. Danke schön, vielen Dank für den Resub. Handhauer, vielen Dank für die 5 verschenkten Subs, danke dir. Ich habe es übrigens letztens rausgefunden. Vielen Dank, fettes Dankeschön für den Support. Danke dir, fettes, fettes Dankeschön. Vielen Dank für 5 verschenkte Subs, man. Dankeschön, vielen Dank. Handhauer, Mann, dankeschön. Können wir ein paar Herzchen für Handhauer im Chat haben? Das wäre richtig geil. Komm, let's go, Herzchen. Das wäre richtig geil. Lorraine steht komplett offen. Great. Der andere komplett offen. Wenn du so willst. Naja, ein Projeto und ein, wo zwar noch nichts rottet. Also wir haben einen Sherwood hier, weil Lorraine auch noch grüßen. Oh, ja, ich habe ein Projeto-Problem. Wir machen ein Projeto-Problem. Strike ist raus. Zwei sind schonmal hier. Äh, der Mutz, der Mutz steht genau da. Und ich würde voll AP gestripen. Ich kriege hier nicht den Strike da, den Renegade. Ich meine, ich kann es probieren. Aber es steht halt so, dass der Strike nicht mehr mitmachen wird. Ich glaube, die Bergstraße wäre wichtiger. Die ganze Nähe sind weg. Also wir sind in der Mitte, komm, wir sind tot. Können wir nicht einfach auf den Base gehen hier mit ein paar Leuten hier rüberziehen? Müssten wir eigentlich. Ja, müssten wir. Neon macht schon vor, Leute. Hinterher da. Die Mitte ist auf jeden Fall richtig los. Alter. Patriot crossed. Das ist gut. Oh. Die spielen jetzt. Ich schläge für mich. War hier eigentlich nicht gesagt, von der EBR Physik vom Achter wird nichts geändert. Ja, was wurde da jetzt endlich gemacht? Ist ja nichts anderes worden. Ich habe jetzt in die zweite Runde einen Reifentreffer gekriegt und kann fast nicht mehr lenken. Ja. Was? Ist das nicht irgendwie vorher anders? Ja, das hat sich ja vielleicht auch genervt. Ich verarsche mich schon. Sie haben ja auch beim EN 100 verkackt, mit diesem Turmring-Ding da. Tja, eins hat der jetzt hier. Ja, versuch den das mal. Der Schuss muss nur geradeaus fliegen. Na, 300. Oh. Himmelsdorfer, ich fasse aber sowieso jeder. Ja, mit russischem Panzerschieckseller Frontalue. Ist gewechselt. Der EN-Buffet ist, keine Ahnung was, FV-4000-Plug. Nö, es ist ein Freiladen. Das ist ein V-Wing-Schießers. Ja. Vielleicht einer mehr noch in den Cap von den Brighettos da oder so. Was soll das denn heißen? Obwohl, ich habe letztens gespielt, da ist am Turm sogar mal was abgeprallt. Ich habe 480 Schaden geblockt, wie ein großer Junge. Der Tiger II hat überlebt. Als wenn ich hier wie ein Opfer durch die Gegend fahre. Das ist hart auf die Fresse für die Gegner. Ich könnte froh sein, dass ich so ein beschissenes RNG die Runde hatte. Dass ich nichts getroffen habe. Ihr habt nichts getroffen, aber ich lebe. Das ist einfach... Die redet ja über den Königstiger, ne? Auch so. Tu es, Max. Tu es. Ach. Es waren zwei. Ja. Ein Killer kill dich auf den anderen. Egal, hättest du den eingenommen. Du warst schon auf dem richtigen. Nein. Wer hat das gerade gesagt jetzt hier mit dem Tiger? Ich hoffe, das war expect to die oder bot kill you. Asum war das. Nee, Asum war das nicht. Hättest du gesagt? Komm jetzt hier. Eier auf den Tisch. Welch? Wer ist ich? Ich gucke hier. Der fünfte. Ready up. Der fünfte ist Asum. Nee, nicht im Discord. Böbelts. Eier. Wie ist der Gekner? Das wird nicht. Auf die Fünfte. Eier. Insofern. Ich bin mit dem Spiel in der Welt. Ich bin mit dem Spiel. ist das so spielt man jetzt mittlerweile so häufig gegen die gleichen oder was einfach komplett hier killen und dann nicht gekett werden wie war das eigentlich wir haben noch einmal den ganzen abend fast bürger gefahren haben da irgendwie fünf sechs mal fame gehabt habt ihr eure elo schon so hoch gespielt oder was gerade online ist ganz alles kriegen und jetzt ist nur ideal offen oder online neon hörst du nicht zu alles sein ihr fahrt jetzt auf mediums rein bevor die heavy start sind oder was ist euer plan die drei ist noch hier und jetzt weiß ich schon mit einem medium weg Ja, dieser eine One-Shot-Projeto, bot to kill you, bot kill you, kannst du den nicht mal da rausholen? Okay, jetzt ist das Zeitfenster abgelaufen, er pikt gleich wieder, er pikt gleich wieder. Schon wieder Muni-Lager, ey, wie viele Muni-Lager, ich tue es. Warte, ich pushe ihn, komm, wir pushen die jetzt. Absinckiert, dann fahre ich nochmal weiter. Warte, 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 lass mich vorfahren. Ja. Ich fahre die Buras drauf. Oh, jetzt kann man diese Säule nicht mehr kaputtfahren, Alter. So, jetzt, hast du, wenn du drei Schüsse hast, dann let's go. Buras, 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 Buras. Oh. Endlich. Platschen. Ist man eigentlich die HE mit diesem Ding, oder? Ich schieße nur ABC mit EBRs, die HE, die geht mir so auf den Sack bei EBRs, egal, weil ich... Die ist eigentlich richtig krass. Bei mir macht die immer 150 Damage. Alter, ich kann doch mal drauf. Warum rahme ich, Junge? Ist halt HE, oder? Ist halt HE. Ist halt HE. Springsteel, vielen Dank für die 20 Monate, Twitch Prime Support, Dankeschön. Und SvenX30, dir auch nochmal vielen Dank für die 13 Monate, Twitch Prime Support, Dankeschön. Vielen Dank für die Resubs. Und Handhauer, wie gesagt, nochmal fettes Dankeschön für die fünf verschenkten Subs, danke dir. Ich muss einfach nur Rudelbumsen in so einem Game. Das ist einfach so. Bolle, dir auch vielen Dank für die drei Monate, Twitch Prime Support, Dankeschön, vielen vielen Dank für den Resub. Danke dir, fettes Dankeschön. Asum ist mit drin, ja. Asum sitzt im EBR, MKBFTW. Wie kann ich das eigentlich nicht sehen? Die Oma von Rambo. Was muss ich klicken, damit ich den ganzen Namen sehe? Ich lade hier ein Modpack runter. Aber auch da siehst du nicht. Gab's denn schon mal wieder irgendwie? Nee, ne? Heute. Doch, heute. Echt? Ich muss in den Shop. Ich muss in den Shop. Ich hol mir den. Macht's gut, Leute. Ich muss jetzt in den Shop. Ja gut, EBR dreimal R sollte reichen, oder? Das hat mich grad ein bisschen erinnert an, kennt jemand die Folge, äh, die Szene aus Hotshots? Was machen sie als nächstes? Ich geh ins Disneyland und krieg da so ein fettes 1000-Dollar-Bündel. Du ne, gerade HI-Zuladen gibt. Oh, was kriechen. Ja, immer rein da. Wir brauchen einen Sniper in der Base. Soll ich das machen? Mit dem Tiger? Ja, warum nicht direkt? Erzbecks-Jobs, oder was? Ich hab bitte jetzt angejobbt und keiner kann ihm helfen. Doch, ich kann ihm helfen. Ja, der hat getroffen. Mach ihn. Ja, fast getroffen. Hau einfach hier drüber, geh. Hau doch mal ab, Gap da. Ich mach mal, ich mach mal tatsächlich Base-Dev, ne? Hau doch mal ab da jetzt, Junge. Ich lade ja eh. Ich lade ja eh. Alles kaputt. Hm. Wie der Asum weggejodelt wird da. Ah ne, das war You's Gap. Ja. Ja. Fuck noob. Ja, wie halt doch alle da irgendwo auskommt. Wir müssen uns von Anfang an nicht aufteilen, sondern alle irgendwie wie so einen Hühnerhaufen hier rüberfahren. Ja, weil du letzte Runde was von Rudelbums erzählt hast. Ja, aber die werden ja nicht oben hier in uns reinfahren gegen Heavys. So blöd sind die auch nicht. Nur weil ich dir versucht hab zu helfen. Kack, bot hab ich jetzt so da. 300 AP. Ich bin hier oben aufgegangen. Scheiß. Ich spot mich hier, ihr Noobs. Und die Lines. Oh ja. 190 Meter E nur. Die Mände sollten da oben halt noch lange einen Spot halten und noch mal schießen. Ja, aber sie. Gibt's besser nicht. Dreh'n die wieder um. Wie ist das, die alle kommen? Kannst du dich doch verpissen. Boah, jetzt sind wir mal EBR. Ach, der EBR triffst du halt. Ist nicht so schwer. Sind sie dann wieder alle umgedreht oder? Jetzt holen wir die andere Seite an, oder? Wir brauchen halt ein Heavy. Ja, weiter. Wie geht der Satz weiter? Wer hier vorfährt. Soll ich das machen? 700 A oder sowas. Ich hab 600 Meter Sichtweite. Ich mach das. In sieben Minuten hast du dann noch sieben. Bitte was sagst du? Na ja, eigentlich 700. Einer muss auf jeden Fall nicht durchstunden werden. Ich kann nicht alle die Welt verlassen, sondern nur ein Heavy. Ich mach das. Hier, 703. Dich brauch' ja keiner. Ich fahr' überhaut. Ich fahr' überhaut. Ich fahr' überhaut. Sammie, da ist der Shootout. Da musst du jetzt auch mal den Mann reingehen. Ich hab' ein paar Egel an. Let's go. Es gibt männlichere Munitionsorten. Ich fahr' überhaut. Nicht klicken. Ich will mal so'n Treffens in der Backe-Chefer E-Brett werden. So. Blue Jettos. Zieht euch doch mal raus jetzt hier, Mensch. Gute Art. Ich bau' dir ein Shield. Ja, dir dann ein Shield. Soll ich mir den Chef mal gegen den Tasten? Der ist nicht weiter. Der ist nicht weiter. So, jetzt ist es. Jetzt kommen unsere Heavys mit den HP und regeln das. 570 Metaillen Kriegerollt dabei. Expect for this. Weg mit dem kleinen Schmutzwischers hier. So, der darf auch nicht wegfahren. Der Dr. Ice Coffee. Der Wahnsinnige. Oh, da hinten ist ein Radpanzer, den muss ich erstmal angehen. Leider daneben geschossen. Hier kommt der nächste Wahnsinnige. Jawohl, jawohl. So, und jetzt mit purer Gewalt hier durch, komm. Bam. Ja, schöner Schuss, ne? Ihr gewinnt das noch. Zum Glück habe ich den First Spot gemacht. So. Jetzt komm mal her, hier, ihr kleinen Feigentypen. Jawohl. Mein Spot, by the way. Bot, meinst du, es ist jetzt richtig vorzufahren mit 5 HP? Ja. Okay, ja, dann mach. Los, dann aber auch Vollgas. Du kannst keine Angst haben, auch alles Damage geil hier. Der Tiger ist gerade schneller als ein 703. Der ist ja auch der bessere Panzer. Alles ist schneller als ein 703. Ich glaube, ein Defender ist langsam, oder nicht? Ja, der Typ da ist aber auch der Einzige, der mit Standard-APC schießt, ne? Wo die Oma von Rambo, das war. Der will Credits fahren. Was killt er denn eigentlich noch da? Ich? Der Alte. Vielen Dank für die sieben Monate. Dankeschön, vielen Dank für den Rest-Up. Dankeschön, vielen, vielen Dank für den Support. Ich wollte gerade selber auf Kaufen klicken. Wenn ich schon zappen lasse, dann kann ich auch kaufen lassen, oder? Natürlich, was sonst? Muss er doch. Das macht's quietschi, quietschi. Ja, einen Vorstoß, wenn ich darf, würde ich gleich noch mitfahren. Klar. Wenn du so lange wachbleiben darfst, dann darfst du. Ich muss kurz anrufen, aber ich sag dir gleich Bescheid. Du könntest dich auch bewerben bei IT17. Ich könnte dieses Wort einlegen. Ich bin nämlich Quartiermeister. Ich hab dir was zu sagen. Ich hab dir was zu sagen. Die meisten Worte, die ich bis jetzt bei IT17 von dir gehört habe, waren ich mach mir mal einen neuen Drink. Oder ich rolle. Vom Kartenrand. Ich rolle. Jo, Bio-Shooter. Vielen Dank für die 5er-Subs. Dankeschön. Fettes Dankeschön für die 5er-Schenken-Subs. Dankeschön. Das macht man schon heimlich schon immer. Vielen lieben Dank. Fettes Dankeschön für die Unterstützung. Danke dir. Ah, er ist weg. Früher, wie ich mich da aufgeregt hab, wenn ich das gehört hab. Ich rolle. Dann guckt man auf die Mini-Map. Ah, am Kartenrand ist er gestattet. Jetzt steht er ja zum Teil schon richtig, also, was sagen. Das geht schon von allein, ne? Das geht schon gut, ja. Oder das, das weltberühmte, ich bin falsch abgebogen. Kann ja mal vorkommen. Am hinteren, oder was? Der gute alte Tier 2. Tier 2. Beste Junge. Beste Maschine. Bam! Oh, nicht getroffen. Hab ich auch grad so gedacht. Jo, äh, Bio-Shooter, nochmal vielen Dank für die fünf verschenkten Subs, Dankeschön. Und Manowar, vielen Dank für die 31 Monate Twitch Prime Support, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Oh, er hat Puschen an der Redline durch. Wo ist das da? Wirkungsstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Puschen wir mit in die Renegades? Können wir uns aber holen hier oben, oder? Ja. Natürlich, ich muss das jetzt wirklich pushen. Ich hab noch AP, ich denk's an. Hallo, Freunde. Ja. Ich hab hier zwei Renegades und 7-0-Dingsbums, irgendwas, aber ich mach sie. Ja, warte, ich töte sie auch einfach. Ja, ich sitz, ja, ich sitz, ich mein, ich sitz im Tiger, ne? Was sollen die machen? Die schießen auch alle Gold bei so. Ja, ist doch egal. Alles Nups. Bam, weg mit dem. Ähm, oh, da ist ein Verwirrter im EBR. Den muss ich fokussen. Ey, ich will dich rammen. Kann du so? Ja? Was wollen die auch mit zwei Renegades und 7-0-3 machen gegen den Tiger? Da müssen wir mehr bringen, um den da rauszupuschen. Das geht einfach nicht. Das ist ja schon fast Majestätsbeleidigung hier. Blotpaps, vielen Dank für die sechs Monate Twitch Prime Support, danke dir. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, danke. Hallo und danke für sechs Monate bessere Unterhaltung. Ich hab zu danken, vielen Dank. Oh, ich schwör, die scheiß Radpanzer. Äh, voll schlecht geworden die Dinger. Tiger 2, top damage. Ja, ich sag's ja nur, ne? Ich hab's Gefühl, du kannst mit dem Tiger 2 einfach dreimal R drücken, mittig durch die Karte fahren. Es interessiert sich gar keiner für dich, kann das sein? Gar nicht als Gegner wahrgenommen, oder? Naja, die standen mit zwei Renegades um 7-0-3 vor mir. Okay. Und haben auf mich geballert. Ja, weil sie wussten, Tiger 2, unbesiegbar, mach ich lieber ein bisschen Schaden. Wollt schaden, gleich Credits. Ah, okay. Richtig. So, weniger Heavys, weniger Lights, was machen wir? Beinah ne Idee. Gewinnen. Wo ist denn hier der super Feldkommandant? Ähm, ach, da sagt er nichts an. Mit dieser, ist das Silber, ist das Silber? Ja, ja. Asum? Ja. Oh Gott, das ja. Ja, der wird alt. Aber du hast mit deinem anderen Account wenigstens auch Silber geschafft, ne? Immerhin mit dem anderen auch. Doppelsilber. Also wenigstens durchgefahren, Maus. Ja, ich bin aber auch nur selber geworden. Aber ich meine, ich habe auch nicht 6.000 WN8, so wie du, ne? 7.000. Ach, hast du 7 schon jetzt? Mindestens, auf irgendeinem Tank bestimmt. Du hast doch... Du hast doch... 4.000 WN8, ey. Ich habe jetzt die 6 KWN8 auf der TOG 2. Aber Asum hast du aus Versehen nicht nochmal gespielt, oder? Ja, ja, sicher. Ich glaube, das war irgendein KKO oder so. Irgendein 5er... Ja, ja. Ich glaube, ich weiß auf jeden Fall. Der WZ, der WZ will sterben. Wie kannst du dir das eigentlich 2 Mal angetan haben, für WZ, die Gefechten? Wieso nicht? Ja, manchmal. Gibt Anleihen? Nee, Leute, ihr seht das falsch. Silber, das ist nicht Silber, das ist Weißgold. Achso. Platin eigentlich. Ja. Platgold. Geredet. Let's go. Der wird auch nicht langsam, weil der EWA. Kommt ihr da über die Bahn schon rüber hinten, oder nicht? So, kommt hier nochmal heute was, oder eher nicht so? Ja, wieso gehe ich jetzt auch? Komm, Skrill, wir machen die Tanken 703er durch die Mitte. Ja, hatte ich auch vor. Liegt's gut. Campen alle nur. Können wir uns hier ja repuschen. Der kommt ja eigentlich nicht weg, unspottet, oder? So, der ist schon da hinten. Äh, der Projeto ist getrackt. Kommen alle zurück anscheinend? Die repuschen das. Onkar repuscht. Oh. Keiner, weil. Abkall, Renegade will abhauen, wenn irgendwer schnell hier ist. Keiner, weil, ich steht völlig offen da. Meine Gott, ich... Schießt denn hin? Oh, ich bin. Doppelschuss in die Unterwand auf 500 Meter. Nein. Also, wer auch immer den gespottet hat, ne? 850 Spot Damage. Oder 830. D5 will auch D5 will. Keiner hier aus, okay. Gern. Können wir uns das nicht einfach hier wiederholen, so? Die Ecke? Ich bin gleich da. Hast du nicht, wenn alle Fahrten nur? Mort, die mit einem Tiger, er kann ja gar nicht sterben, so. Okay, ich denke das an. Ehrlich, so... Na, die sind zu dritt. Warte, ich tank da jetzt rein mit dem Tiger und dann können... Ich fress alle Schüsse. Da muss mal jemand bestießen. Dank dir. Ihr wartet, wartet, wartet. Ich mach die... Ich mach die Kunden klar. Ach so, er bounced den, natürlich. Danke. Ich hab die Fender gepumpt. Ja, was sind das für Rolls? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. 198. Ja, jetzt ist ich, glaub ich, Leermaus. Oh, die sind die Caravan jetzt mal klatscht. Rechts, abster rechts noch. Versuch es, aber Angie sagt nein. Ja, ich hab jetzt ein bisschen den Caravan zwei Minuten aufgehalten. Ich rolle, ich rolle, Jungs. Die haben den Tiger, wir können gar nicht verlieren. Karten ran, los. Hier ist noch so ein 3-HP-Projector übrigens. Tschüss. Tschüss. Ich hab ihn, ich hab ihn safe. So, jetzt noch ein Gefühl. Ja, ja, den mach ich dann als nächstes. Geh mal hier Kanonen holen. Den hab ich nach 5 Minuten misspullend gefühlt. Er ist zerstört. Wir sitzen fest. Oh. Der ging voll durch ihre Panzerung. Baby, er muss nicht sterben. Ah. Oh, oh. Na, der hätte wohl gestern können. So. Rahmen. Wir können da geschossen. Töte die, töte die. Töte nicht mich, Junge. Er rammt da ihn in mich rein und tötet mich damit. Kloppt das nicht. Damage, geier. Ja, ist doch so klar, dass ich dann nichts mehr abkriege. Jetzt ist mir das gerade auch aufgefallen, dass die alle mich ignoriert haben. Aber deswegen haben sie auch verloren. Ja. Die Idioten. Nicht den wichtigsten Panzer gefokust. Den stärksten meinst du? Ja. Den best of the best from the best, ja. Tiger 2 wird nach wie vor unterschätzt. Ja, hier, ne? Ununterbrochen geschossen hab ich. Tiger 2, top damage. Kann ich niemanden motivieren, dazu auch Tiger 2 zu fahren? Hab ich nicht. Critical hits bestimmt. Hat er nicht. Noch nicht, ne? Ich hab keine Lust auf die Reise. Was ist eine neue Bedingung, dass jetzt jeder den hat? Ja, spielt euch den und dann verbiete ich euch, den zu spielen. Ja, für eure Diktatur hier in T17 kann ich natürlich auch nichts, ne? Die machen ja alles, was sie wollen. Das hast du auch schon aufgefallen. Nicht zuhören, das ist deren Spezialität übrigens. Also, naja, ist egal, was ich sag. Das ist wie Erzbeck eben in seinem Leo. Der hat dich schon bestimmt zwei Minuten gehört. Der war schon wieder da vom Klo. Der wollte halt aber kein 2-7-7 fahren. Ja, aber in seinem Kopf hat er ja schon wieder, ich rolle. Ja. Komm, tust du halt so 15 Sekunden vorher. Ja, ich meine, jetzt, guck mal da, die haben K4-5, hallo? Die haben sich selbst ein Bein gestellt, quasi. Ich hab gehört, K4-5 ist gut zum Ramm. Okay. Tracker K4-5 rammt nicht so gut, hab ich gehört. Ja. Ich hab gehört, dem 2 EWR, ich mach nicht viel. Ich hab gehört, wir sind einfach gut da. Ich guck mir das vom Kartenrand an. Sehr gut. Oh, Jungs, das sah gerade richtig geil aus hier. Maverick und Neon. Ich hab gerade so Inception-Musik eingespielt. Das im V-Modus, das sah schon geil aus jetzt. Hab ich schon ganz kurz harte Eier gekriegt. Bio-Shooter. Vielen Dank für die 1.500-Biddies. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Swift the Rock. Vielen Dank für die 3 Monate. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Restub. Dankeschön. 3-6 oder so war das? Ey, tank ist aber auch. Erstes Freig ist ready. Ich glaub, mit dem 8er EWR schafft man den Clamp nicht, ne? Oh, moin Shooter, grüße. Ich weiß nicht mehr, ob du jetzt überhaupt mit dem neuen EWR jetzt standardmäßig 90 kannst. Aber der wird schon, boah, schon die 95, glaube ich. Weißt du nicht. Unsere Turbolader, wo ich das nicht kann. Ich weiß nicht, wann ich es das letzte Mal probiert habe, ob das vor oder nachmacht. Was? Was? Hat unser Chef den Strike? Der ist schon raus. Raus? Ah, gut, dann kann ich ihn sterben. Wo ist denn der zweite EWR, Mann? War einer? Wir können uns so was suchen zu gehen. Ein Progetto ist noch unspottet. Ah, ist er doch. Ein, unser... Ja, jetzt. Ruhig wegfahr, Cora. Cora da Wald oder... unsere Main-Taktik. ich habe schon gesagt ich lass dich sterben ich dachte wir hätten ja den hier holen können da war ich aber schon an der auf der anderen seite vorbei wie er mich will aber einfach drauf der maverick einfach vorbei fahr einfach fahr einfach der andere auch mich an bleibt man so dass ich ihn beschließen kann ja ich komme gerade wieder raus aus dem noch extra das ding und aber jetzt macht er von oben nicht garantiert er steht schon über dir wenn ich nicht mal sterben lassen toll jetzt habe ich hier die anderen motiviert tiger 2 zu fahren als ich damit null damage raus oder was hat wieder was anderes hier ja nachmachen das ist eine drei markt der kv 50 wollte ich mal anmerken fünf anforderungen das kann so wie sieht es aus noch hat noch einmal zur beste dass sie da mal weg holen aber das ist ja deswegen sage ich ja vielleicht fährt noch einer zurück um dir zu helfen das muss also mal eine machen über 300 den wolf töten ja jetzt kommt lasst du noch mal machen da drei von drei auf neber er macht einfach zwei der wm muss genervt worden sein das hätte sonst nie klappt es doch voll langsam mann vielleicht ist man mit dem 10er ja jetzt schießt er daneben wo du sagst ne die aufregung aber der tiger zwei wieder ne zwei schüsse hintereinander macht er ja und sehr geil sehr geil ist ja geil schon also wie viel fährt der achter 60 oder so 65 vielleicht zu langsam so bio shooter noch mal vielen dank für die 1500 bildes dankeschön und swifter rock vielen dank für die drei monate dankeschön noch eine runde eine geht noch einmal jodeln weniger tiger oder was keine ahnung hauptsache es geht nicht länger als sieben minuten also ja dann nehme ich auch was schnelleres mal zur abwechslung sind rekrutierungs anfragen eigentlich inzwischen chef sache geworden schade mal froh wenn es anders macht ja ich habe das gefühl du schreibst sie nicht mal sie sollen alle mich anschreiben niemanden irgendwas werdet ihr schon überlaufen wann wann gibt es ein t18 niemals was sind denn mittlerweile wann gibt es maus 1 zu 7 maus macht t18 habe ich gehört wann wann was sind die anforderungen bei euch jetzt mittlerweile ist ja schon bei 2 1 oder so liegen overall nein nein recent 2k ey aber recent 2k ist schon jetzt gesetzt ja so ungefähr halt auf 10ern ist jetzt vernünftig sein auf dem tier 4er fährst du mir ja relativ wurs man sieht jetzt gerade wie erzbeck seinen klaren platz bei ebay rein stellt ja das ist ja nur für neuankömmlinge das ist ja alt lassen bleiben die ziehen wir mit durch da sind wir nicht so aber ist doch auf jeden fall eine coole truppe die euch da aufgebaut habt voll mit mir ich meine selbst erzbeck macht jetzt schon schaden trotzdem bleibt die frage wo bleibt maus 1 ich bin halt ich bin halt nicht so der feldkommandat mensch irgendwas steht hinten drin und ohne führung ohne führung geht das immer nur in die grütze ach das klappt bei jana auch ja das sehe ich das sehe ich auch nichts von seinem glanz soll ich mal das dumm ja nicht mehr als doppelschuss oh nein was macht er denn ich hole die arti ich hole die arti ich bin low dieser doppelschuss ist aber auch broken 800 in die kleine kubola cap oder loose hab ich gehört ich kräpere dann habt ihr mehr damage sehr nice fand ja ich wollte gerade sagen ich muss hier weg wegen dem fucking strike jetzt habe ich den strike nicht benutzt was ist das warum hilfst du mir nicht der lp noch treffen häuser im weg warum weil dein haus war das war früher mal minimap und so push mal jetzt hier sami alter mach mal jetzt hier doppelrohr dinge hat sie halt in die mitte hat sie halt in die mitte man komm push push ich aim den lp ab nein 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 wie war das fahr einfach fahr einfach der kann wenn er da noch mal auspiegelt ist er tot wisse einen hat er schon gekriegt einfach weiter einfach weiterfahren mit deinem komplett weggebrochen los als er holt ihr den renegade shows und dann track ihn jawoll ups der progetto muss 2 ups lp hart er kommt von hinten jungs bot kill jettler ist getrackt und der laden 2 nach kannst du machen oder ehrlich ich hab nur einer die burraske ist halt voll hp ne ja aber ich könnte das noch holen ja aus muss halt am leben bleiben die burraske ist halt voll hp das ist das problem kann mich aber johlen wenn der jet noch raus geht weiter da kommt sie da kommt sie da kommt sie hat sich ein bisschen zurück ich kann wenn der progetto peak gebe ich ihm das ist ein one-shot ich habe mir wenn die hinter dir aus der mitte angehst den progetto dann was ist das schon was ist das schon was ist das schon Was hat denn da jetzt gerade gesagt Minus 2? Der Gute ist leer, wir kennen ihn nicht, ja. Aber du überlebst das, du überlebst das. Komm, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn safe. Nice, Junge. Was ein Killer, Alter. Aber cooler Call. Er ist safe leer. Ist der einzige Burrast mit drei Schüssen. Der hat halt Glück gehabt im Premium-Laden. Er hat doch nicht eins doch gewonnen, oder? Doch. Da ist das Ding, dritte Gunmark auf dem Petten. Hallo, das interessiert doch gerade niemanden. Sammy hat gerade gecarried. Hallo, kannst dich mal für deinen Clan-Mate freuen. Scheißegal. Vielleicht hab ich die fucking dritte Gunmark auf dem Petten.